Hallo Sportfreunde, seid gegrüßt zu einem neuen Part von BeerPro mit unserem Pro Darmbo. Ganz genau, wir spielen heute gegen... Na, wer war's denn noch? Wer war's denn noch? Wiener Neustadt. Genau, Wacker Innsbru gegen Wiener Neustadt. Oh man, wir sehen so glatt aus. Ah ja, wir spielen heute mal in diesen schönen Sandfarben. Und lassen diese Farbe auf uns sehen. Raub meint die Stimmung kommt in den Augen. Oh, ist die Monster zu sehen. Echt da. Ja, da haben wir's wieder, mein Lieblingsspiel. Äh, ich kann's nicht. Immer noch nicht. Ich kann und kann und kann es nicht. Ja, ich kann es nicht. Obwohl das einfach ist, oder? Der nächste da hinten ist auch noch einfach. Boah, jung! So... Was? Mein ganzes Leben lang steigt schon diese Kaltmauer an. Und ich falle nicht, ob man das glückliche Leben ändern kann. Bamm. So. Und dann haben wir's. Und ihr wisst es nicht zu schätzen, dass ihr freie Menschen seid. Ich werde nie wieder... Den krieg ich nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der grad noch immer klar. Geschöpfen. Keine Ahnung wie... Das ist so nervig, ey. Mann. Dreh durch, ey. Ja, durchdrehen wollen wir aber gar nicht. Wenn dann nur mit unserem Pro. Der soll heute hier mal wieder ein bisschen für Furore sorgen. Der Dambo. Unsere Nummer 10. 5-Kon Nummer 9 haben wir schon. Nur fürs Laufen. Oh, 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 oh. Stürmerfoul. Ja, gewann der Kopfball. 6,0 und so bewertet. Oh. Huch. Ah. Hat er fast gehabt. Oh, Wiener Neustadt will die aber auch ein bisschen Akzente setzen, wa? Gar nicht so schlecht aus, was sie hier spielen. Schnellen Fußball. Schnell Druck machen. Das ist vielleicht auch eine Devise, die gegen unser Team Erfolg haben könnte. Also schnell viel Druck. Denn wenn unser Team erstmal ins Spiel kommt, sind sie relativ konstant gut. Dann haben sie natürlich da vorne einen Sturm, auf den sie sich verlassen können. Nicht wahr? Ganz genau. Schön. Schade. Tja, ein bisschen Konti sparen ist natürlich auch immer gut hier hinten. Oh, hier vorne, ja. Ah, sehr gut. Ah, der Tor. Hatta, 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 hatta. So, Jungs, jetzt könnt ihr mich mal ein bisschen ins Spiel mit einbeziehen. Das wäre ganz nett hier. Denn ich spiele hier die Superpässe. Oh, in den Rücken. Junge, was das denn? Schön. Oh, das ist doch gestrecktes Bein da draufgehalten. Ah. Ah, schade, da wollte ich mal einen Solo-Lauf starten. Hat nicht ganz geklappt. So, Jungs. Kommt. Eine Randa. Jungs, eine hinter! Ne, 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 ne. Oh, ich hasse das, wenn die immer dazwischen gammeln, Mann. Das ist so nervig, so brutal nervig, ey. Mann, ey. Ich bin ja ganz frei. Mann, ey. Ich bin ja ganz frei. Ja. Schade. Nein. Ach. Was ist denn das für ein Pass, Darmbo, man? Das war ein ganz normaler X-Pass. Machst du da einen Steilpass drauf? Schön. Oh, nee, Darmbo krieg ich nicht kontrolliert. Schade. Gute Action da gewesen. Gute Dude Action. Hey, Jungs, ey. Nein, nein, nein. Was ist denn heute los? Sag mich mal. Viel konnten wir noch nicht hier reißen. Oh, Mann, ey. Kommt schon, Jungs, macht doch mit, ey. Nein, ah. Er läuft sich hier alles, ey. Kommt schon, Mann. Und ich hab nur eine Bewertung von 6,3. Ich mach hier alles. Oh, Mann. Was ist denn da los? Schönes Ding. Da hab ich mich gelöst von meinem Ab... von meinem, ja. Äh. Gegenspieler? Guck. Ich will dieses einfache Wort nicht hören. Ah! Mann, Mann, Mann. Unten läuft der. Ey, Jungs, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückschock, Mann. Oh, da hat er den Ball verliebt. Das find ich auch immer ätzend, irgendwie. Das ist echt nervig. Man hat den ja erobert. Und dann verliert man ihn trotzdem. Ja, sicherlich. Mit einem Angriff. Was ist denn das? Oh, Mann. Wir hatten echt schon ein paar gute Chancen dabei. Sturm Graz liegt zurück gegen aber FK Austria. Dann, glaube ich, lieber den Sturm Graz, ne? Ach, Mann, ist das Mist. So, komm, Dambu. Mach's jetzt hier nochmal was. Also, wenn es ist nochmal ein Tor, oder wie? Oder wie, oder wann? Oder wie, oder was, oder was, oder wo? Oh, nö, ey. Komm, da hat doch mal einer mit da. Ach, Mann. Da muss man ja alleine gehen, wenn da keiner mitmacht. Mann, ey. Hau doch alle ab, da waren! Still meine eigenen Männern, wie ich das kann doch nicht sein, ey. Trainerwechsel, die normale Aussage. Oh, Mann, das ist doch hier alles. Muss ich mir den Ball aus der Abwehr holen, ey. Das ist doch echt unglaublich. Nur damit die den verlieren, ey. Jungs, das sind wichtige Punkte, die wir brauchen. Überhaupt nicht weggekickt, ey. Och, Mann. Der sieht ja auch gut aus. Löffle. Unser Dambu, der hechelt sich da wieder ein, zu Recht. Schön, Keeper. Jo. Hey, das kann ich dein Ernst sein, ey. Nein! Hätte ich mal doch nicht, äh... Hätte man doch nicht haben wollen sollen. Oh, hat er gut gehalten, hat er gut gehalten. Oh, Mann. Wir sind am Drücker, aber das entscheidende Tor. Das ist es, was fehlt. Und das sind diese Spiele, in denen man dann am Ende auch wirklich nicht gewinnt. Weil man nicht gewinnen kann. Es läuft nichts für ein... Aber genug gegen ein. Ach, Mann. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Oh, nee, 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 nee. Oh, was ist denn das für ein Pass? Kommt, Jungs, da müsst ihr doch mitmachen, den Druck. Och, ey. Hat noch irgendeine Lust hier auf Fußball? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, ein Pass über 20 Meter hier, ey. Und kommt an. Ich glaub's echt nicht. Jawoll. Oh. Ja, nee, natürlich nicht. Zweimal obert und nicht gekriegt. Ja, keine Chance. Was soll ich denn da machen, wenn ich so einen gammelscheiß Pass krieg, ey? Mann, ist das zum Kotzen. Ja, meine Fresse. Endlich, ey. Rein mit der Pille. Mann, und was für ein Ding, ey. Schönes Ding. Bam, ey. Haben wir mal draufgehalten, da. Schönes Ding. Schönes Ding. Ah, Mann, da macht sich echt unmutbreit. Es gibt echte Spiele, da läuft nichts, da läuft gar nichts. So. Führung verteidigen, Jungs. Führung verteidigen. Ich geh hier mit in die Abwehr, ey. Ey, nee, oder? Ist nicht euer Ernst jetzt hier, oder was? Holt ihr diese verdammte Pille zurück, ey. Oh, Mann, ey. Ihr braucht auch 30 Jahre, bis ihr da spielt, ey. Oh, Mann. So, ja, komm. Will keiner sehen. Jo, Torwart. Hat alles im Griff. Jo. Was? Handspiel, oder was? Jungs, kommt schon. Nichts anbrennen lassen da jetzt. Nichts anbrennen lassen da jetzt. Spiel die Pille doch. Oh, nee. Zum Glück. Ja, macht doch Druck da. Oh, ey, ich pack's nicht. Meine Güte. Das kann ich echt nicht ab, wenn die da alle nur rumstehen. Ja. Nichts anbrennen lassen da. Ich mach es nicht. Ja. unser damos auf der ist auf wir verlieren bewertungen ah nee naja ist immer noch eine 8,1 bewertung und wir haben das sieg tor geschossen ist doch auch was wert aber ein schönes spiel ist was anderes und austria gewinnt schade was ist mir los, fußballverband deutschland, deutschland gebären, quali mal schon frei wir sind dann natürlich noch nicht dabei wo sind wir dann scheinlich noch nicht wir sind zweiter wir sind zweiter mit 20 punkten sturmgratz hat ja verloren, ganz genau aber dafür ist sturmgratz aber noch elf punkte weg elf punkte, meine bitte elf punkte man ey, die haben noch nicht einmal verloren weil sie auch noch nicht gegen uns gespielt haben ich glaube nicht hm ich weiß es nicht genau aber das soll uns eigentlich auch gar nicht interessieren unser nächster gegner das ist äh mattersburg glaube ich und das ist das was uns zu interessieren hat äh mattersburg ganz genau das sehen wir also dann in der nächsten Folge äh äh ja ich wollte nicht esporit sein fc wacker insburg gegen mattersburg also schaltet wieder ein wenn es wieder heißt beer pro mit dammbo